Ob Hausbau oder öffentliche Projekte wie Tunnel- oder Straßenbau, ein Stück MAPEI ist immer dabei. Die MAPEI hat ein sehr breites Produktsortiment für den hohen Tiefbau im Bereich Zusatzmittel, Tunnelbauprodukte, im Bereich Bodenlegerprodukte, Fliesenlegerprodukte und Baumeisterprodukte. Mehr als 11.900 MitarbeiterInnen sind weltweit für MAPEI im Einsatz. MAPEI ist ein Top-Arbeitgeber, weil ich viele Möglichkeiten habe, mich zu entwickeln, Mitarbeiter zu entwickeln und mit Kunden tolle Projekte umzusetzen. Über 7.000 verschiedene Produkte bieten Lösungen für alle Bereiche des Baugewerbes. MAPEI bietet in diesem Bereich viele Innovationen, im Bereich Profilpass zum Beispiel, was den Terrassenbau betrifft und bei den Asphaltzusatzmittlern, das neuest ist Baby. Dabei besonders wichtig, Verantwortung für eine ökologisch nachhaltige Zukunft zu übernehmen. Wir bei MAPEI investieren in Nachhaltigkeit mit PV-Anlagen an unseren Standorten, mit Elektromobilität und mit unserer Produktlinie Zero für nachhaltiges Baut. MAPEI ist auf jeder Baustelle mit dabei.